Vielen Dank Peter und dem Team hier, dass wir das hier machen dürfen. Voll gut. Und genau, ich heiße Florian Walter, ich spiele Lachsophone. Und ja, viel Spaß. Danke, das erste Stück heißt, ich habe jetzt, das ist bestimmt jetzt falsch, aber das erste Stück heißt Chamberlain, glaube ich. Oder irgendwie, da war gestern so ein E-Chamberlon auf der Bühne und das war super. Und der Typ, der das gebaut hat, der hat uns nämlich abends bis heute Morgen um 5 Uhr mit selbstgejagter Salami versorgt in der Hotellobby. Und das war eine sehr gute Erfahrung und selbstgebranntem Schnaps. Das war sehr schön. Also, bitte für den Kollegen. Aber Werner hieß der. Und das war sehr gut. 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 Musik 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 Applaus 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 Als nächstes ein Stück auf den hier Das ist, ich habe das heute Morgen in diesem wundervollen Shuttle-Bus mal transportiert. Das war immer sehr angenehm. Das ist ein, kommt noch was, Saxophon. Und ich fühle ein Stück von meiner Solo-Platte, die jetzt vor drei, vier Wochen erschienen ist. Und das heißt Band-Band. Ich muss hier nur irgendwie noch festmaschen. Eine Sekunde. Ich muss hier nur noch festen. Ich muss hier nur noch festen. Ich muss hier nur noch festen, den die wizardfunktion ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020